Ja, herzlich willkommen zur Fortsetzung des Reviews zum Toulis A319 in der Version 1.6.3 mit dem Teil 2 mit dem Titel Review-Flug nach Frankfurt. Ja, während wir bereits einige Themen zum Toulis schon behandelt haben, hauptsächlich natürlich das Thema mit dem Radio, warum überhaupt dieses Review jetzt durchgeführt wird von meiner Seite, sprich der jetzt vorhandenen Funktionalität der Standby-Navigationseinheit im Radio, möchte ich jetzt durch die weiteren Themen in Form eines Fluges von Zürich nach Frankfurt durchführen. An dieser Stelle möchte ich aber nochmal betonen, ich habe ja Captain Ingo angesprochen, ich werde hier noch exakt die gleichen Procedures, Checklisten benutzen und anwenden, die ich auch in den alten Flügen benutzt habe. Das hat hauptsächlich den Vorteil, dass die Vergleichbarkeit weiterhin gegeben ist. Aber hier muss man auch sagen, das war auch noch der alte Simulations-Hobby-Pilot Lorenz Burgraff, welcher sich dank Captain Ingo jetzt ja weiterentwickeln wird. Und das ist ja dieser wirklich enorme Vorteil, den wir jetzt haben, dass wir von einem Profi mal gezeigt bekommen, wie man es wirklich richtig macht und nicht mehr Kaffeesatz lesen müssen in irgendwelchen Chatforen, wo es 50 Meinungen zu einem Thema gibt. Sprich, die ganze Flugdurchführung ist natürlich nicht so sauber, wie Captain Ingo sie beschreibt und damit implizit auch eigentlich fordert. Weil wie er auch in seinem Heimkehr-Video berichtet hat, vertrete ich die gleiche Meinung wie Captain Ingo. Also, man macht etwas entweder richtig oder man lässt es sein. Und ich habe den Anspruch, das, was ich mache, richtig zu machen. Sprich, ein Flugzeug von Cold & Dark hochzufahren und dann nach XYZ zu fliegen, sollte natürlich auch richtig gemacht werden und nicht mit irgendeinem Halbwissen durchgeführt werden. Um das auch nochmal klar zu machen, Captain Ingo ist Pilot einer A320, also Profi. Und all das, was er dort in diesem Zusammenhang uns zeigt, das ist unsere Referenz. Aber auch der Captain Ingo ist natürlich nicht unfehlbar. Und es gibt bestimmt auch andere professionelle Piloten, die in dem einen oder anderen Fall auch Dinge anders machen würden. Und da könnte man sich jetzt lieber drum streiten, aber darum geht es nicht. Da liegt es auch in der Natur der Sache, dass ich natürlich auch manche Dinge besser verstehe oder besser weiß, wollen wir es mal so platt mal darstellen, als natürlich Captain Ingo. Aber die Wahrheit, gerade in dieser komplexen Thematik der Technik oder gerade der Aerodynamik, warum ein Flugzeug fliegt oder was strömungsmechanisch alles so passiert, da kann ich euch auch etwas aus meiner professionellen Sicht heraus vermitteln, was Captain Ingo halt nicht kann oder auch nicht besser weiß. Genauso wie ich es nicht besser weiß, wenn ich hier so ein Flugzeug bediene. Ja, bevor ich aber in die Fortsetzung des Reviews von dem Tourlist einsteige, halte ich es in Anbetracht der vielen Vergleiche, die ich mit dem Flight Factor gezogen habe. Und das mache ich natürlich mit Absicht, weil der Flight Factor für mich im Augenblick die absolute Referenz ist und man sehr schön daran auch erkennen kann, was die Vor- und die Nachteile sind. Oder auch gar, und da komme ich auch gleich drauf zu sprechen, es gibt natürlich auch Dinge, die hatte ich auch schon angesprochen, natürlich auch einige Vorteile beim Tourlist da sind. Das ist nicht ja auch in der Natur der Sache, es ist ja nicht immer alles nur besser bei dem einen und bei dem anderen dann in Teilen nur schlechter, sondern meistens haben wir es ja damit zu tun, dass es Stärken und Schwächen bei den Modellen gibt. Aber gerade vielleicht nochmal als kleine Rückbesinnung auf das, was in Teil 1 alles angesprochen wurde im Vergleich zum Flight Factor, möchte ich hier noch einmal einige Aspekte kurz euch am Flight Factor vorstellen, damit aus manchen Behauptungen, die ich gemacht habe, auch objektive Tatsachen berichtet werden. Gut, und es geht direkt los, nämlich, der ist cold and dark, der Flight Factor, und ich starte jetzt die beiden Batterien und hier komme ich nochmal auf das Thema mit der Voltanzahl, also der Spannung der beiden Batterien zu sprechen, wo ich ganz fest davon überzeugt bin, dass der Flight Factor das einwandfrei umsetzt, im Gegensatz zum Tourlist, plus den wunderbaren Sound, den natürlich der Flight Factor von Haus aus schon direkt mitbringt. Gut, starte ich die beiden Batterien. Da habt ihr es zum Beispiel gehört, dieses Klacken der Relais, die ich angesprochen habe, ist wunderbar zu hören. Die External Power benutzen wir natürlich hier auch nicht, da bei dem Tourlist auch der Vergleich nicht möglich war, beziehungsweise eine wirkliche External Power gar nicht zu dem Flugmodell vorliegt. Starte ich hier, und das geht tatsächlich, beim Airbus A320 oder A319 kann man auch die APU, also das Hilfstriebwerk, auch über die Batterien starten. Gut, ihr habt es gesehen, vielleicht machen wir nochmal aus, ist jetzt nicht ungewöhnlich, dass die Spannungsanzeige jetzt sich geändert hat, da die Batterien jetzt erstmal unter Last waren und sich wieder ein bisschen beruhigen müssen. Also wir haben hier 27,7, also knapp 28 Volt und auch hier mit 27,9 auch 28 Volt. Plus übrigens ist auch hier eins vom Realismus schon besser beim Flight Factor, nämlich, dass er hier so zwei Striche anzeigt, das soll Volt zeigen. Das hat weder der Jahr-Design noch auch der Tourlist hat das nicht drin. Und das ist tatsächlich in einem Airbus hier so dargestellt. Das heißt, die Darstellung der Batterien ist auch schon besser. Aber gut, kommen wir nochmal darauf zurück. Es entsteht also ein Spannungsabfall beim Aktivieren der Systeme. Plus die wunderbaren Geräusche der Relais, habt ihr gehört? Klack, klack. Sprich, wir haben jetzt hier einen Spannungsabfall, was vollkommen korrekt ist. Und jetzt zusätzlich auch noch, wenn wir das Hilfstriebwerk starten, werdet ihr sehen, wie die Spannung auch unter dieser Last, zieht ja eine Menge Strom zum Starten, auch nochmal in die Knie geht. Auch dieses Quietschgeräusch der Elektronik. Und jetzt seht ihr es, wie stark unter 26 Volt. Und jetzt kommt natürlich ein Effekt, wenn das Triebwerk selber gestartet ist. Und das sieht man hier am Abgasstrahl. Welcher übrigens auch im Nachgang hier nicht plötzlich so einen Klick nach oben macht, sondern natürlich schön nach hinten raus geht. Also beim Toolist hatten wir ja so einen Klick nach oben. Das ist nicht so realistisch. Das ist also realistischer. Auch jetzt das starke, dominante Geräusch der Klimaanlage. Das ist tatsächlich so im Cockpit. Ihr erlaubt, dass ich schon mal auf Hektopascal umschalte. Selftest, das macht der Toolist natürlich auch wunderbar. Ja, und was sehen wir hier? Auf einmal haben wir wieder 28 Volt, beziehungsweise sogar 29,1 Volt. Und das hängt natürlich damit zusammen, dass jetzt auch der Generator der APU Strom erzeugt. Und ihr seht das hier, APU Generator, 115 Volt. Das ist die typische Wechselspannung in einem Flugzeug. Es gibt noch andere untere Spannungen. Aber gut, man sieht, dass der Generator versorgt jetzt natürlich die Systeme mit elektrischem Strom und sendet diese natürlich auch auf die Batterie. Interessanterweise auf die rechte Batterie weniger, beziehungsweise gar keine Ampere. Ja, das ist interessant. Ich glaube, da habe ich dem Käpt'n Ingo nicht richtig zugehört. Da gab es irgendetwas. Im Augenblick wird nur die linke Batterie geladen, die rechte nicht. Kann ich euch aber jetzt ganz genau nicht erzählen, aber Käpt'n Ingo weiß genau, was hier passiert. Das hat er ja auch in seinen Videos gezeigt. Fakt ist, jetzt ist auch zu verstehen, warum hier eine wesentlich höhere Ladespannung ist, weil auch hier nur geladen wird und im Augenblick der Batterie 2 nicht geladen wird. Batterie 1 wird geladen, also ist die Spannung hier oben in der Anzeige für die Batterie 1 auch höher. Ist also vollkommen korrekt alles umgesetzt. Und das ist definitiv beim Tool-List nicht umgesetzt, in all diesen einzelnen Punkten, die ich jetzt beschrieben habe. Gut, aber kommen wir vielleicht direkt dazu, zu der Spiegelung der Displays, also PFD, Andy und den E-Cams. Da hatte ich irgendwie gedacht, hier werden auch Spiegeleffekte simuliert. Und die sind aber beim Flight Factor nicht simuliert. Sprich, hier ein eindeutiger Pluspunkt vom Tool-List. Der Tool-List simuliert tatsächlich die Spiegelungen in den einzelnen Displays, was der Flight Factor nicht tut. Das heißt, hier ist der Flight Factor in puncto Realismus nicht so realistisch wie der Tool-List. So einfach ist das Sprich, was ich vorhin gesagt habe, hier wechseln sich natürlich auch Vor- und Nachteile irgendwie ab. Wobei bisher sieht man, dass der Flight Factor hier wesentlich besser war. Gut, sehr schön. Habe ich übrigens nicht überprüft beim Tool-List. Werde ich vielleicht noch tun. Hier die Umschaltung der QNH, also des statischen Luftdrucks, ist getrennt möglich zwischen Kapitänseite und Co-Pilotenseite. Weiß ich gar nicht, müsste ich nochmal überprüfen. Ich hatte euch ja gesagt, dass im Prinzip der Tool-List auch trennt die Funktionen und die Darstellungen zwischen Kapitän und Co-Pilot. Beziehungsweise First Officer. Aber ich wollte hier eigentlich auf einen anderen Aspekt hinaus, der auch mit dem Radio-Panel zu tun hat. Nämlich mit den Volume-Reglern des RMPs. Das ist ja auch Teil des Radios. Hier, wo man also die Lautstärke für den Funkverkehr VA1, andere Funktionen einstellen kann. Und ich meine jetzt schon zu sehen, dass der Tool-List zwar simuliert hat, dass ich die Standby-Navigation getrennt und auch die Frequenzeingaben usw. getrennt machen kann. Aber hier schon ist zu sehen, dass er, und das ist realistisch, der Flight Factor macht, dass er unterscheidet zwischen der Kapitäns- und der Co-Pilotenseite. Sprich, wenn ich hier etwas aktiviere, dann aktiviere ich das auf der First Officer Seite. Und es wird auch nur so dargestellt. Und hier aktiviere ich es auch ganz autonom für die Kapitäns-Seite. Und das ist, da bin ich mir sehr sicher, natürlich das Realistische. Und nicht, wie der Tool-List es leider macht. Wenn ich hier drauf drücke und es aktiviere, den einen oder den anderen Knopf, dann spiegelt er das einfach nur rüber und zeigt das auch auf der First Officer Seite so an. Sprich, könnte ich jetzt fast sagen, zu früh gelobt. Aber hier sieht man, wie konsequent der Flight Factor in seiner realen Umsetzung dem Tool-List auch mal wieder voraus ist. Plus, und das ist jetzt vielleicht ganz interessant, das hatte ich angesprochen bei dem anderen Video, dass ich meinte, dass der Knopf rein und raus springt. Und dem ist auch so, wenn er genau hinguckt, der Knopf erhebt sich in die Höhe. Hier ist er jetzt eingedrückt. Wenn ich einmal drauf drücke, dann springt er raus. Das ist ein sogenanntes Spring-Loaded-Button, den ich dann auch jetzt drehen kann. Und der ist aktiv, wird durch seine Position, nämlich dass er raushebt nach oben, plus Licht dargestellt. Der Tool-List hat hier nur eine Lichtanzeige. Was zwar in Ordnung ist, aber eben halt nicht so realistisch ist, wie beim Flight Factor, der wirklich dieses Instrument 1 zu 1 einwandfrei umgesetzt hat. Ja gut, und mit der getrennten Bedienbarkeit, da bin ich mir jetzt schon sicher, wird der Captain Ingo auch mir dann zustimmen. Ja, alles schön und gut, aber der Tool-List macht das nicht und wahrscheinlich wird er auch in der Funktionalität noch etwas darstellen. Aber das ist jetzt nur eine Verbutung. Ja, kommen wir vielleicht nochmal gerade zu dem Thema Reifen. Da hatte ich mir natürlich im Nachgang vom Video auch nochmal ein bisschen Gedanken gemacht. Da könnte es sein oder da kann man argumentieren seitens Tool-List. Ja klar, genau das, was sich hier abblattet, haben wir das Flugzeug abgesenkt und deswegen verschwinden die Reifen auch im Flugvorfeld. Und damit ist natürlich auch die Höhe zum Boden und alles realistischer bei uns beim Tool-List. So kann man argumentieren. Ich hoffe natürlich nicht, dass Sie jetzt aufgrund meines Videos im Nachgang zu argumentieren werden, aber das ist mir halt eingefallen. Und wenn man dieser Argumentation folgt, dann könnte sogar der Tool-List realistischer sein. Ich persönlich rein subjektiv finde das eine schlechte Lösung unter optischen Gesichtspunkten, da das wirklich merkwürdig aussieht, wenn die Reifen im Beton verschwinden. Aber kein Thema, kann man auch anders argumentieren. Gut, ich denke mir, aufgrund meiner Ausführungen, jetzt habt ihr verstanden, warum ich das jetzt nochmal kurz eingeschoben habe, bevor ich jetzt mit dem eigentlichen Review des Teil 2 fortfahre. Ja, und im Nachgang zum Nachgang des Teil 1 kann ich auch eine Fragestellung jetzt beantworten. Und das ist, ob auch die statische Luftdruckanzeige verschieden bedienbar ist, von der Kapitänsseite und der First Officer Seite. Und das Ganze kann man hier beantworten. Ja, sie ist getrennt bedienbar. Also, wunderbar. Bleibt also nach jetzigem Review-Stand nur das einzige Manko mit den Volume-Reglern, welche nicht getrennt realisiert sind. Hier vielleicht auch nochmal im Nachgang zum Nachgang gezeigt. Hier wird immer gespiegelt, was gemacht wird. Und der Knopf ist deutlich statisch, also er bewegt sich nicht nach oben, nach unten, so wie beim Flight Vector. Vielleicht auch nochmal der Vollständigkeit halber gerade hier erlebt. Das Hauptthema des Teil 2 ist ja der Flug von Zürich nach Frankfurt. Und das bedeutet natürlich, dass wir die Checklisten korrekt abarbeiten müssen und dabei dieses Flugzeug reviewen werden. Wir sind so halb stecken geblieben in der Checkliste Cockpit Preparation, sprich vom Cold and Dark, die Systeme erst einmal hochfahren. Und nochmals bitte hier betont, das ist jetzt noch alles alter Stand, nicht nach Captain Ingo. Da werden meine Tutorials ja jetzt alle überarbeitet und werde dann in späteren Videos, also nach diesem Review, natürlich nach Captain Ingo Flugzeuge bedienen. Gut, gehen wir also die Cockpit Preparation Checklist nochmal gerade durch. Parking Brake on, Parking Brake is on, Chock Pins and Covers removed, also checked. Engine 1 und 2 off, checked. Engine Mode Selector normal, checked. Wiper Captain and First Officer, off, checked. Wetter Radar off, checked. Batterie 1, 2 on, das haben wir ja schon alles zusammen durchgeführt im Teil 1, also das wird dann auch nur bestätigt, jetzt nicht nochmal durchgeführt. External Power Set As Required. Die Systeme wurden nicht über die External Power hochgefahren, sondern über die Batterie. Displays Cockpit Illumination Set As Required, haben wir gemacht. Also wir haben die einzelnen Displays vom PFT, NDE Cam, entsprechend unseren Bedürfnissen vom Kapitän und von der First Officer Seite der Darstellung, sprich Helligkeit reguliert. Also ist set, landing gear down, 3 green, checked. Navigation Wing Lights on, checked. APU Fire Test, ja, habe ich im ersten Teil nicht gemacht. Also APU Fire Test hier, aber können wir ja jetzt mal noch ummachen. Gehört dazu. Funktioniert wunderbar, so wie es sich auch gehört. Jetzt kämen die Procedures für APU, sprich Master Switch On, warten auf das Flap Signal im Ecam und der Startung. Man sieht ja hier, es ist ja available, also aktiviert. EDIAS, also das Navigations-Trigger-System, GPS, ist aktiviert, ist aligned. Aber wohlgemerkt, GPS Primary ist natürlich lost, weil wir das MCDU noch nicht programmiert haben. Habe ich zwar im ersten Teil gemacht, aber das wird hier jetzt nochmal neu durchgeführt. Gut, Klappen Zero, checked. Speed Break Retracted, checked. Swast Lever Idle, checked. Transponder, ATC und TCAS, stand by, stand by. Checked. Radio On, also Radius, checked für Kapitän und First Officer. Anti-Skip Nose-Wheel Steering On, checked. Flight Director, Kapitän und First Officer On, checked. Emergency Exit Light Armed, set to arm. Seatbelt Signs Off, checked. No Smoking On, checked. Probe Window Heat, as required. Ja, ideale Voraussetzungen, Sommer, tagsüber keine Wolken, wie immer bei den Probeflügen. Diesen Einfluss nehme ich für Reviews auf jeden Fall raus, auch für die meisten anderen Flüge. Fuel Pumps All On, checked. Und mein Lieblings-Checkpunkt No White Lights, E-Can No Blue. E-Can haben wir No Blue. Und White Lights haben wir bei Electrical Pump. Aber alles gut und scheiden sich automatisch aus, wenn die Generatoren von Engine 1 und Engine 2 arbeiten. Ja, Checklist Cockpit Preparation Complete. Ready for Flight Preparation. Ja, aber bevor wir mit der Checkliste Flight Preparation fortfahren, schieben wir hier einen Review-Punkt ein, der auch immer wichtig ist, nämlich der Ressourcenhunger eines Modells. Die verschiedenen Flugmodelle von Yardesign, Flight Factor oder auch Toolist oder auch andere haben ja einen gewissen Bedarf an CPU und GPU-Ressourcen. Und das ist ja auch ein wichtiger Punkt, sprich beim Flight Factor weiß ich ziemlich genau, dass er sehr ressourcenhungrig ist. Das heißt, man braucht auch eine entsprechende Hardware, diesen ordentlich betreiben zu können. Mit welchen Tricks man die Ressourcen schonen kann, habe ich ja in diversen Videos beschrieben. So ist zum Beispiel die Frame-Rate bei meinem Rechner begrenzt auf 30 Frames. Und womit der GPU, die ja meistens das schwächste Glied in der Kette der Hardware ist, nicht mehr als nötig belastet wird. Wie wichtig das ist, dass man 30 Frames per Second und nicht darunter erreicht, in Bezug auf Echtzeit und natürlich auch eine flüssige Darstellung, hatte ich ja bereits mehrfach erklärt. Der Fakt ist, das ist natürlich jetzt auch so ein wahnsinniger Insider, ist, dass ich für die Vergleichbarkeit die Lua-Scripts ausführen muss, für den Flight Factor genauso wie für den Toolist zunächst. Aber noch viel wichtiger ist, dass ich die Scenery reloade, weil entsprechend der Einstellung der Fly-With-Lua-Scripts, sprich die Rendering-Options, hat das ja einen extremen Einfluss auf den Ressourcenhunger der Grafikkarte. Gehen wir mal gerade nach draußen und nach drinnen, weil das ist natürlich ein Unterschied, ob ich in der Scenery-Außendarstellung bin oder ob ich mich im Cockpit befinde. Im Detail, das ist alles viel zu komplex, dazu müsstet ihr mein Fly-With-Lua-Video sehen, übrigens eins meiner erfolgreichsten Videos, interessanterweise, wo ich genau erkläre, wie man mit Fly-With-Lua den X-Plane in seinen Darstellungsoptionen detailliert und zu unserem Vorteil beeinflussen kann. Für alle, die das interessiert, könnt ihr ja nochmal in meinem Video X-Plane 11 Fine-Tuning mit Fly-With-Lua-NG nachschauen. Ja gut, für die Cockpit-Sicht nach vorne wird meine GPU, eine RTX 2070, super, aktuell mit 45% belastet, sprich 55% bestünden noch zur Verfügung an Performance, zum Beispiel Wolkendarstellung, Regen und weiß nicht, was es noch alles gibt. Gut, vielleicht auch noch Memory-Used, ist ja auch der Bedarf, der Memory-Bedarf ist ja auch unterschiedlich zwischen den einzelnen Modellen, wobei hier jetzt die Gesamt-Memory der Grafikkarte gerade benutzt wird. Das hängt natürlich auch von vielen anderen Dingen ab, wie zum Beispiel die Landschaftsdarstellung, die ich im Augenblick gewählt habe. Aber die ist ja, wie von mir bereits angemerkt, aus Vergleichbarkeitsgründen immer dieselbe, nämlich Zürich Gate 43 mit Blick nach vorne. Gut, das sind also die zwei wichtigsten Punkte. Die CPU-Load, das habe ich jetzt mal weggelassen, da die meistens niedriger ist als die Grafikkarten-GPU-Load. Ja, vergleichen wir das mit dem Flight Factor in der gleichen Situation und im Prinzip können wir erkennen, die schenken sich beide nichts. Also 45%, 46%, 6.260 MB zu 6.207 MB, das ist ja irrelevant. Sprich, der Ressourcenhunger vom Toulis und Flight Factor ist gleich. Ja, das gleiche für die Außendarstellung. Hier wird die Grafikkarte ja anders belastet, Stichwort die Darstellung der Alpen, als im Cockpit. Ja, und hier sehen wir tatsächlich einen Unterschied in der GPU-Load. Mal grob 40 zu 60 und das würde sich decken, da wenn meine Behauptung stimmt, dass der Flight Factor eine detailliertere Außendarstellung hat, und sprich, die von mir angesprochenen Niedreihen, Fahrwerksabbildungen und all die anderen kleinen Details, die einfach höher sind, dann würde das sich mit dieser Aussage decken. Sprich, von außen muss die Grafikkarte, um den Flight Factor darzustellen, mehr leisten als beim Toulis. Ja gut, das dazu, sprich, Ressourcenhunger im Cockpit gleich wie beim Flight Factor in der Außendarstellung geringer. Sprich, wer eine schwächere Hardware hat, wäre dann mit dem Toulis auch besser bedient. Fahren wir fort mit der Checkliste Flight Preparation und schauen uns an, wie der Toulis sich bei den einzelnen Checklistenpunkten verhält. Ja, Anti-Eyes, all off, checked. RPU-ECAM, checked. Enough winglights on, checked. Probe window heat as required, checked. Landing gear down three green, checked. Strobe lights auf Auto, set to auto. EDIAS checked aligned, checked. E-CAM condition, air condition. Ja, und hier hätten wir jetzt einen schönen Reviewpunkt, nämlich Nummer 1, wie das System abgebildet wird vom Airbus. Das ist wunderbar. Für den vorderen Frachtraum und den hinteren Frachtraum wird die Temperatur reguliert und natürlich für die Kabine. Und wir haben jetzt konstant 22, 22, 22 Grad für die einzelnen Sektionen des Flugzeuges. Cockpit, die Forward-Kabine und die Aft-Kabine. Aft steht für Afterwards, also hintere Kabine. FWD für vordere. Ja, man sieht auch wunderbar, wie reguliert wird. Hier geht im Augenblick Cold 15 Grad, 15 Grad, 19 Grad rein. Sprich, es kühlt. Das ist auch zu erwarten. Schauen wir mal gerade die Wetterconditions für heute an. Weather is clear. Wir haben Mittagszeit 14.26 Uhr bei einer Umgebungstemperatur von 20 Grad und einem statischen Luftdruck von 1013 Millibar. Das passt, macht auch Sinn. Warum? Ja, wenn bei knapp 20 Grad Umgebungstemperatur auf die Kabine einscheint um die Mittagszeit, dann ist die Kabine natürlich erwärmt. Das hängt natürlich mit den Fenstern zusammen, wo Sonnenstrahlen reinkommen und das erwärmt die Kabine. Im Gegensatz zur Cargo Bay, also zu Frachtraum, da sieht man, da ist es konstant, weil dort auch kein Einfluss herrscht. Die Türen sind auch verschlossen. Schauen wir mal gerade. Ja, die Frachttüren sind zu, sodass das Ganze auch stimmig ist. Sehr schön ist, und das hat auch der Flight Factor auch erst später implementiert, dass jetzt die Air Condition Schalter für den Aft und Forward Frachtraum funktional sind. Machen wir mal kälter. Beziehungsweise machen wir mal wärmer, ganz heiß, um mal zu sehen, ob jetzt auch das System reagiert. Und man sieht, der Toolist hat das schön abgebildet. Jetzt wird hier warme Luft reingeblasen, also das ist auch funktional, stimmig und in Ordnung. Ja, schauen wir mal für die Kabine, ob das genauso ist. 22 Grad, 22 Grad. Hier ist es so, das ist meine persönliche Meinung, im Sommer versuche ich die Kabine aus Komfortgründen kälter zu klimatisieren und im Winter wärmer. Hintergrund, im Sommer kommen die Leute überhitzt in ein Flugzeug hinein. Das ist zwar 22 Grad gut, aber der Kühleffekt ist nicht da. Und der Komfort für die Passagiere, die sollen sich ja wohlfühlen. Die möchten, wenn sie draußen aus dem Warmen kommen, natürlich eher etwas gekühlt werden. Und im Winter genau andersrum, sind etwas fröstelig und möchten gewärmt werden. Da entscheide ich mich, die Kabinenklimatisierung etwas höher zu schalten. Aber das ist meine persönliche Sache, machen wir das mal. Also, Cockpit sowieso. Kühles Cockpit ist natürlich besser als ein warmes Cockpit, gerade wenn es kritisch wird. Also, für alle Reaktionen des Flugzeuges. Und da fällt mir schon direkt etwas auf. Und das ist, dass es nicht stufenlos regelbar ist, wie beim Flight Factor. Sondern hier immer nur in gewissen Schritten. Und jetzt kommt von mir leider wieder eine Behauptung, wo ich mir ziemlich sicher bin, dass sie stimmt. Und realistisch ist, dass es stufenlos ist, so wie beim Flight Factor. Sprich, hier ein wenig Abstriche im Puncto Realismus beim Tolis, was die Klimasteuerung betrifft. Das gilt für alle Sektionen, also Kabine und Fracht. Gut, aber man sieht sofort, das System reagiert. 17, 12, 12 Grad liegen an. Und die Kabine reguliert sich jetzt zu niedrigeren Temperaturen. Und allein hieran kann man schon erkennen, ich weiß nicht, wo sich das einpendelt. Aber ich hatte natürlich nicht die Absicht, von 20 auf 17 Grad zu gehen oder auch auf 19. Die Leute sollen ja auch nicht frieren. Sondern ich wollte natürlich leicht runter regulieren. Sprich, 21, 20 Grad vielleicht für eine Wohlfühltemperatur. Und das ist natürlich nicht möglich, wenn man es nicht stufenlos wie beim Flight Factor machen kann. Aber gut, ihr seht, durch diese Checklisten handele ich mich hier auch durch die einzelnen Systeme jetzt durch. Und bemerke solche Details. Also wenn ich jetzt eine Note vergeben müsste, würde ich sagen, hier eine 2 für den Tolis und eine 1 für den Flight Factor. Ja, Barrel Reference. Wollen wir direkt mal gucken. Also der statische, vorherrschende Luftdruck im Augenblick in Zürich. Und der war ja 1013. Hier wieder wunderbar, auch für beide Seiten einzeln regelbar. Aber der Checklistenpunkt war nicht nur, den statischen Luftdruck im EFIS-Panel einzustellen, sondern auch zu verifizieren. Und wer meine Videos kennt, weiß, was verifizieren ist. Das Ganze hängt natürlich dann auch mit der Höhenangabe im PFD zusammen. Das heißt, der Flughafen Zürich befindet sich auf einer gewissen Meereshöhe über normal 0. Und wir bekommen jetzt im PFD eine Meereshöhe von knapp 1400 Fuß angegeben. 1400 geteilt durch 3, die alte Regel, die zwar nicht genau stimmt, sind ca. 450 Meter. Und vergleicht man das mit Zürich-Switzerland-Airport-Chart, sehen wir hier Airport Elevation 1417 stimmt überein. Sprich, wir haben auch gecheckt, dass der statische Luftdruck, den wir eingegeben haben, auch tatsächlich mit der Höhenangabe im PFD korrespondiert und sprich damit richtig ist. Aber kommen wir zu unserer Vergleichbarkeit der beiden Cockpit-Instrumente. Hier ist ja auch noch alles gleich. Jetzt wollen wir mal sehen, ob wir nur auf der Co-Piloten-Seite das anders einstellen können. Ja, wunderbar. Wir sehen, die Funktionalität ist nicht nur in der Optik, sondern auch tatsächlich in den Systemen unterschiedlich zwischen der Kapitäns- und Co-Pilotenseite. Also ganz, ganz wunderbar. Und das ist ja auch aus Redundanz-Gesichtspunkten natürlich total wichtig, dass die Systeme für den Co-Piloten und den Kapitän autonom arbeiten, damit man in Ausnahmefällen, Notsituationen auch ein autonomes, gleichwertiges Flugsteuerungsgerät bzw. Anzeige hat. Tatsächlich sind Probleme, was die Anzeigen betrifft bzw. sind auftretende Widersprüchlichkeiten tatsächlich wichtige Indikatoren für die Piloten, um zu überprüfen, was denn im Augenblick hier an dem Flugzeug eventuell nicht stimmen kann. Mal Stichwort Staurohr, Geschwindigkeitsanzeige, wenn die unterschiedlich ist. Wir haben ja drei Staurohre, hat es ja auch schon böse Unfälle gegeben, wegen der Anzeige. Dann muss man natürlich aufgrund von Vergleichskriterien irgendwie rauskriegen, ja mein Gott, also hör mal zu bei mir, ich kriege im Augenblick eine Geschwindigkeit angezeigt von so und so vier Knoten, du so und so vier Knoten. Was ist denn los? Lass uns das mal gerade überprüfen und dann kann man mit einer solchen Verifikationsanalyse rauskriegen, zum Beispiel, Mensch, das sieht ganz so aus, als wenn irgendein Staurohr nicht in Ordnung ist. Sprich, wir fliegen jetzt nach meiner Anzeige und nicht nach deiner Anzeige oder andersherum. Aber gut, soviel dazu, wir wollen ja hier kein Tutorial machen. Fakt ist, zusammenhängt fürs Review, ganz wunderbar von Toolist gelöst. Gut, das war also der Barrel Reference Set Elevation Verified, sprich, wir sagen Checked. Flight Director, Captain and First Officer, both checked on. Flight Director ist on, für Kapitän und für Co-Pilot. Checked. MCDU und eben nicht FMC, das ist ganz wichtig beim Airbus, das ist ein MCDU und kein FMC. Das FMC, sprich, dieses Gerät hier, heißt aus guten Gründen beim Airbus MCDU und nicht FMC. Da habe ich sogar den Kapitän irgendwo mal korrigieren müssen, weil er kommt von der Boeing 737 und sagt aus seinem Sprachgebrauch, weiß aber, dass es sich MCDU heißt. Also es ist jetzt nicht so, dass er, dass natürlich ein Muster das schon, aber es ist schon wichtig, auch terminologisch absolut korrekt in einem Cockpit eines jeweiligen Flugzeugmusters zu agieren. Apropos Flugzeugmuster, sprich, TCDS, sprich Type Certification Sheet, das steht natürlich noch an für den Toolist als Review-Punkt. Da habe ich ja sehr böse Überraschungen bereits erlebt bei verschiedenen Modellherstellern. Ich gehe mal davon aus, dass dem das gar nicht klar ist, aber über das Type Certification Sheet der FAA, also der amerikanischen Flugbehörde oder auch der europäischen, die benutze ich, kann ich ganz schnell rauskriegen, ob ein solches Flugmodell auch wirklich mustergültig, im wahrsten Sinne des Wortes, also sprich, von der Musterzulassung korrekt umgesetzt wurde. Das betrifft Dinge wie Engine, Zero Fuel Rate und so weiter und so fort und da kann man relativ schnell ein Flugzeugmodellhersteller entlarven. Dies werde ich aber nicht innerhalb dieses Reviews machen. Das verlagere ich für die Aircraft Templates für EFAS MG, wo man all diese einzelnen Angaben auch für ein Flugzeug, für die Flugplanberechnung, das ist da natürlich extrem wichtig, Dazu gibt es ja auch diverse Videos von mir zu dem Thema, sprich, ich werde natürlich für die 2LIS A319, die jetzt fliegbar ist und die ich dann fliegen werde, natürlich auch für die Flugplanung ein entsprechendes Aircraft Template mit den korrekten Daten in Übereinstimmung mit der Musterzulassung der europäischen Flugbehörde auch erstellen. Aber das mache ich nicht innerhalb des Reviews, sprich, bei diesem Punkt schneidet der Flight Factor wunderbar ab, wenn auch nicht perfekt, soweit ich mich erinnere. Da wollen wir doch mal gucken, ob diese Kennzeichnung A319-112 auch tatsächlich mit dem hier erstellten Flugzeug übereinstimmt. Gut, das aber nur am Rande. Gut, der Checklistenpunkt ist aber MCDU Enid Page 1, sprich, wir machen unsere Eingaben auf der bekannten Enid. Seite für diesen anstehenden Flug. Wir fliegen von LSZH Zürich nach Frankfurt EDDF und kommen jetzt zu diesem Punkt, den ich bereits im Review angemerkt habe. Also Align IAS läuft einfach durch. Beim Flight Factor kommt man auf eine Zusatzpage, wo die Längen und Breiten gerade noch einmal confirmed, also bestätigt werden müssen. Auch hier meine Behauptung, dass es realistisch ist, was der Flight Factor macht. Hier wird einfach die Bestätigung angenommen und man bleibt auf der Enid Page. Aber gut, würde mich schon sehr wundern, wenn der Flight Factor dort nicht realistisch wäre. Womit ich bereits schon ein erstes kleines Fragezeichen zur MCDU Umsetzung in den Raum stellen möchte. Gut, GPS ist auch mittlerweile Primary, wunderbar. Also das Navigation Display funktioniert jetzt wunderbar. Hier können wir also bedienen und Informationen abrufen. Hier mache ich natürlich nichts anderes, als was ich schon in Teil 1 gemacht habe, dass ich jetzt die 240 für Flight Level 240, sprich 24.000 Fuß Reiseflughöhe angebe. Genauso Kostindex mit 35 und natürlich unsere Flugnummer LH123 oder auf Englisch LH123. Da seht ihr schon die Phrasen, das 3 wird nicht 3, sondern 3 genannt, weil es einfach eindeutiger ist in der Kommunikation. Soviel zum Thema Englisch beim Fliegen. Das sind alles Konventionen, Phrasen, die man einfach ausländisch lernt, ohne dabei den Anspruch zu haben, dass man jetzt Englisch kann. Aber gut, auch das mal wieder nur am Rande. Sage ich ja immer so gerne, lange Rede, kurzer Sinn. Stimmt, ich bin kein Freund der kurzen Worte, sondern der langen Worte. Das wird euch wahrscheinlich auch schon aufgefallen sein. Das ist aber auch manchmal auch von Vorteil, etwas ausführlicher Dinge zu machen. Das ist natürlich wieder nicht Mainstream-mäßig für die Videos, die ja nur eine Viertelstunde sein müssen und so weiter. Aber auch das ist wieder natürlich ein Thema, das eigentlich jetzt hier nicht reingehört. Ganz nach Captain Ingo, der natürlich auch lange Rede verwendet. Wer seine Videos kennt, weiß, dass er extrem ausführlich und bis ins letzte Detail jeden einzelnen Punkt durchkaut, weil er sagt, ich mache es entweder richtig oder gar nicht. Und so ist das bei mir halt auch. Aber gut, die Abonnenten, die ich habe, schätzen das ja anscheinend auch. Und für die sind ja auch primär diese Videos gemacht von mir. Weil das gilt für die Flugsimulator-Fliegerei auf jeden Fall. Hier muss man sich Zeit einfach nehmen für dieses Hobby und sich in die verschiedensten Themenbereiche einarbeiten. Dieses, ich schmeiße mal gerade den Flugsimulator an und fliege mal gerade von A nach B. Ja, kann man machen. Hat aber nichts mit Fliegen zu tun, sondern natürlich all diese kleinen Details, dass man die einigermaßen auch beherrscht. Gut, fangen wir fort. Also Checklistenpunkt, Init-Page-One ist set. Ja, schauen wir vielleicht mal gerade beim Co-Piloten rein. Und siehe da, und das ist auch korrekt, das ist jetzt nicht gespiegelt, sondern einer von beiden, weil bei der Flugvorbereitung kann ja auch der Kapitän Eingaben machen und auch der Co-Pilot, getrennt natürlich. Aber sie fliegen natürlich mit einer Init-Angabe, genau wie bei allen anderen Sachen. Haben nicht mit zwei getrennten. Also das hat jetzt nichts mit Spiegeln zu tun, sondern das ist natürlich vollkommen korrekt. Können wir ja vielleicht gerade mal machen zur Demonstration. Gehen wir mal den Cost-Index mit 40 an, auf der Kapitänsseite. Und zack, hat sich es auch bei der Co-Pilotenseite geändert. Ist vollkommen korrekt. Ja, EFIS-Mode set for Navigation. Das ist jetzt ein Punkt von mir, weil ich im Selected und nicht im Managed-Mode fliege. Ich navigiere selber, deswegen ist bei mir for BOA Navigation angesagt. Ja, die nächsten beiden Checklistenpunkten. Lordsheet checked, Center of Gravity und Fuel Quantity Ecan Fuel. Dann weiter folgen Take-Off-Data, Calc-Up und MCDU Set Verify. Das sind natürlich Punkte, die jetzt ganz direkte Punkte der Flugvorbereitung sind. Und das hatte ich ja auch schon in dem ersten Teil alles mit euch gemacht. Das wird jetzt hier einfach nur vervollständigt. Ich setze mal wieder auf 6000 Kilogramm für den Sprit. Hieran hat sich nichts geändert an den Gewichtsverteilungen aufgrund von Cargo-Way und Passengers und so weiter und so fort. Für die Berechnung der Startdaten in Bezug auf die Trimmung, beziehungsweise Zero-Fuel-Rate in Bezug auf Center of Gravity und natürlich unserem Zero-Fuel-Rate. Ja, geben wir die Daten gerade ein. Das hatte ich ja schon gesagt, das finde ich nicht so schön. Wie beim Flight Factor, da ist ja in dem EFB, das ist ja dieses Tablet, das hier auf der linken Seite ist, kann man ja wunderbar die gesamten Systeme und das ganze Weight Management und Performance Management auch durchführen und bleibt irgendwie doch im Cockpit, ohne dass man hier so eine virtuelle Seite bekommt. Was ich unter Realitätsgesichtspunkten einfach realistischer finde. Die Piloten arbeiten ja auch tatsächlich mit diesen Geräten für ihre Flugvorbereitung. Von daher gesehen finde ich das persönlich besser. Auch finde ich besser beim Flight Factor, dass ich wirklich der Kabine sehr exakt genau die Bestuhlung belegen kann mit Passagieren und sagen kann, wie in welchem Verhältnis die Passagiere in der Kabine sind. Das gleiche gilt für die Block Fuel, da wie der Kraftstoff tatsächlich in die einzelnen Tanks verladen wird. Und hier in Bezug auf Tanks, in Bezug auf Type Certification Sheet, also sprich, welches Muster wird hier verwendet. Es gibt verschiedene Konfigurationen, nämlich 3-Tank, 4-Tank, 5-Tank-Flugzeuge. Das kann man hier alles gar nicht differenziert einstellen. Das wird also von Toulis einfach ein bisschen übergangen. Ist aber wichtig, weil man kann auch in sogenannte Outer-Wing-Tanks, also in den äußeren Flügeln, in den Tanks, innere Flügel, Center, den Kraftstoff entsprechend verteilen. Und das ist mehr oder minder hier überhaupt gar nicht möglich. Von daher gesehen, unter Realismus-Gesichtspunkten, gerade was Flugvorbereitung betrifft, ist definitiv der Flight Factor hier einfach eine Länge voraus. Aber gut, hier geht es ja mehr um Performance-Daten, sprich auch Init-Page B. Das muss man jetzt hier leider so übertragen, so wie ich es auch schon im ersten Teil gemacht habe. Das mache ich auch jetzt einfach. Also 58,4, 4 Tonnen, mit einem Center of Gravity von 29,7 und der Block Fuel von 6 Tonnen. Damit haben wir die Take-Off Rate 24,2. Wie gesagt, beim Flight Factor alles etwas komfortabler gelöst. Aber ist ja nichts Falsches. Ja, damit können wir auch direkt die Trimmung einstellen. 29,7. Und schalten im E-Camp Lower Display auf Flight Control. Warum? Weil der Pitch drin für die Gewichts-Beladungssituation auch entsprechend gesteuert wird. Und 29,7 ist ja in etwa 30. Sprich, wir haben ein Pitch drin von 0 Grad down. Und das brauchen wir jetzt, auch ein bisschen umständlich, dass man das jetzt selber umrechnen muss, damit man in der Performance-Page, das ist der Punkt, die diese Pitch-Trim-Angabe auch eintragen kann. Gut, wir wählen von Zürich die Flaps 1. Flaps 1 mit Down 0,0. Und gehen in der Performance-Page-Take-Off des MCDUs an. Für die Flex-Temperatur, das ist auch ein eigenes Thema für sich. Ja, wähle ich 44, gehe ich jetzt nicht näher drauf ein. Für Thrust Reduction Acceleration gehe ich auch nicht näher drauf ein. Also 2950 Füße. Und ja, kommen wir zu V1, VR, V2. Und hier bekomme ich Format-Error, wenn ich drauf drücke. Warum sage ich das? Weil aus den gesamten Angaben, die wir jetzt vollständig gemacht haben, errechnen sich jetzt aus sogenannten Flight-Envelopes-Charts von Airbus die entsprechenden Geschwindigkeiten V1, VR und V2. Ja, also während das beim Flight-Factor und beim Air-Design sehr komfortabel ist, mit der Eingabe von V1, VR, V2, entsprechend aller mühevoll angegebenen Angaben, die man auch bereits getätigt hat, muss man hier zunächst in den Flight-Plan gehen und die Startbahn auswählen. Wobei ich in der jetzigen Situation, wo ich in der Flight-Preparation bin und ja noch gar nicht Ground kontaktiert habe, gar nicht weiß, von welcher Runway ich ausfliege, je nach Windverhältnissen. Das gibt mir ja erst Ground oder beziehungsweise Tower an. Von daher gesehen halte ich das an dieser Stelle für widersinnig, zudem, dass es vollkommen unerheblich ist, welche Runway ich benutze. Die kann ja auch nur 1000 Meter oder 500 Meter lang sein, dass das für eine A320 nicht ausreicht oder A319. Das ist doch vollkommen klar. Aber das ist ja auch irrelevant. Ich muss ehrlich sagen, ich verstehe überhaupt nicht, was das soll, dass man jetzt hier zunächst einmal und dann auch noch in der MCDU die Runway auswählen muss. Aber machen wir das mal, geben mal No-Sit ein. So, jetzt haben wir also die Runway definiert im Flugplan. Und wenn wir jetzt zurückgehen in die ISCS-Unterstützung von Tullis, dann habe ich die Möglichkeit, die Konfiguration anzugeben. Wir haben gewählt Klappe 1 für den Start und bekomme V1 142 Knoten, VR 142 Knoten und V2 144 Knoten. Zudem habe ich ja bereits meine Flex-Temperatur 44, das hat was mit dem Startschub zu tun, ja angegeben. Das ist ja meine Sache, was ich für eine Flex angebe. Ich kann ja auch, das steht auch in den Dokumentationen drin, keine Flex angeben. Spielen wir also das Ganze mal durch, ob er darauf wenigstens reagiert. Und entsprechend der Tullis-Definition kann ich auch Flex-Temperatur weglassen. Also clearen wir mal Flex. Wieso kann ich jetzt Flex nicht wegnehmen? Gut, gebe ich mal Flex 0 ein. Entry out of range. Also kann ich nicht. Ich kann die Flex nicht wieder clearen. Ich habe 44 eingehabt und erst wenn ich alles ausgefüllt habe, kann ich V1, VR, V2 oder bestimmt man das Ganze hier. Und jetzt gibt er mir auch noch vor, dass ich die Flex auf 65 stellen soll. Das ist wieder irgend so ein Insider. Da wird dann von Seiten Tullis wahrscheinlich wieder irgendeiner erzählt vom Himmel des Jahrmarkts. Ja, auf die Kommentare bin ich ja schon gespannt. Gut, ist irgendwie so. Ich bleibe bei meinem Flex 44. Wir gehen hier rein bei Tullis und selektieren 1F. Interessant, dass ich das jedes Mal wieder angeben muss. Gehen wir nochmal raus. Gehen wir nochmal rein. Hier ist der Behälter anscheinend noch nicht mal. Select Flap Slat Configuration. Ist ja auch interessant. SF, wie es das konsistent wäre. Und auch hier Slat Flap hinschreiben würde für SF, damit, aber gut, ja, da bin ich schon mal wieder päpstlicher als der Papst. Aber das verstehe ich nicht, dass ich jedes Mal für die Performance hier wieder neu selekten muss. Okay, dann machen wir also jetzt Select, geben 142 ein. Mal sehen, ob er es dann behält. 142 Knoten für V1, VR und 144 Knoten für V2. Ja, raus. Und wenn ich jetzt wieder reingehe. Ja, okay. Apply these Lord Settings. Vielleicht sagen sie mir dann, dass ich hier dann nochmal draufdrücken muss. Machen wir hier auch nochmal Quick Refuel. Gehen raus. Gehen wieder rein. Und es ist wieder zum Selektieren da. Also die Wege des Herrn sind unergründlich. Gut, das ist ein Review. Ich werde hier jetzt meine Meinung zu sagen. Das Ganze finde ich sehr umständlich. In sich nicht stimmig. Verwirrend und auch kompliziert. Mal abgesehen für die Flex Temperatur. Die habe ich ja schon alle gemacht. Mit einbezogen wird. Ach, interessant. Hier steht ja auch noch Packs On. Ja, ich starte aber nicht mit Packs On. Ich starte mit Packs Off. Ganz klar. Machen wir mal Packs Off. Mal sehen, was der Tullis jetzt sagt. Packs On. Ja, also liebe Leute. Man startet mit Packs Off. Zumindest gibt es die Möglichkeit. Und ich kriege nicht vorgegeben. Und genauso wie ich mit einer Flex 44 starte. Und ich bin Flex 63. Hier da ist also gut. Ist für mich verwirrend. Bleibt es. Aber was ich überhaupt nicht verstehe, ist, dass ich hier eine Runway angeben muss. Das ist vollkommen irrelevant für die Definition von V1, VR und V2. Aber gut, lassen wir das mal so hingestellt. Fakt ist, insgesamt finde ich die gesamte Loading und Balance und Weight Calculation, Performance Calculation nicht gut gelöst vom Tullis. Und auch nicht detailliert genug. Plus lasse ich mich nicht zwingen dazu, eine Flex Temperatur, eine vorgegebene anzugeben und auch mit Packs On etwas zu kalkulieren. Von daher gesehen ist das Ganze auf jeden Fall schon mal kein Pluspunkt für den Tullis. Aber gut. Ja, machen wir also das gleiche Spiel beim Flight Factor. Von L, S, Z, A nach E, D, D, F. Auch hier geht der Flight Factor auf eine eigene Seite, wo ich Return bestätigen muss. Glaube ich fest daran, dass das die richtige Sequenz ist. Beim Tullis wird einfach nur das From To eingegeben. Aber jetzt viel interessanter ist IAS Init. Und da sieht man, da kommt man auf eine IAS Init Page, wo man auch noch einmal die Länge und Breiten gerade bekommt. Und hier sieht man, dass die Referenz im Augenblick dem blauen Wert entspricht und die GPS Position dem grünen Wert. Und dann bestätigt man mit Align und Reference und sogar nochmal mit Confirm diese Daten, um dann mit Return wieder zurück auf die Page zu kommen. Bin ich mir auch sehr sicher, dass das richtig ist. Gut. Hier geben wir natürlich das gleiche ein. 240, Wasserindex 35 und LH 1, 2, 3. Wir führen die Flugung. Ja, Init Page B. Und hier kann ich auch demonstrieren, dass das meiner Meinung nach komfortabler ist. Wir gehen also auf das EFB, machen unsere Angaben, rufen den Truck. Das ist auch ein Feature, das natürlich der Flight Factor hat. Dass wir hier draußen einen Truck haben und nicht mit einem Add-on, also Ground Deluxe von Jahr Design und so weiter. Da kann man ja jetzt sagen, was man möchte. Fakt ist, der bringt sein Tankfahrzeug mit und der Tullis nicht. Es geht ja auch um den Vergleich in Bezug auf den Preis am Ende. Der Flight Factor kostet mehr, der Tullis etwas weniger. Wobei auch hier schon gesagt sei, ich habe bereits gesehen, dass der Flight Factor gar nicht teurer ist, weil er im Augenblick im Angebot ist. Aber gut, in der Regel ist er etwas teurer. Ja, setzen hier auch die 6000 Kilogramm. Und jetzt sieht man ja sehr schön, was ich gesagt habe. Wir könnten hier die Left und Right Tanks, also links und rechts, und die Outer Tanks, das sind die ganz außen am Flügel, ganz individuell belegen, mit Kraftstoff, wie wir das möchten. Aber für die Vergleichbarkeit setze ich hier natürlich auch die 6000 Kilo an, sette das, Passagiere. Und da sieht man auch, hier kann man die Business Class vorne einzeln belegen und die Economy im vorderen Bereich und die Economy im hinteren Bereich. 136 Passagiere, ist jetzt voll belegt. Das setten wir auch. Jetzt hat man auch schön gesehen, dass der Flight Factor in die Knie gegangen ist, wegen der zusätzlichen Beladung. Und Cargo waren 4000, hier das gleiche. Und somit kann ich Forward und Haft ganz detailliert belegen, knapp 4000 Kilo. Aber das ist natürlich für das Weight Management und gerade in Bezug auf den Pitchtrim, also das, was wir hier einstellen an dem großen Rad, von entscheidender Bedeutung, wie genau die Frachträume und die Passagierräume gelegt sind. Nicht ganz so wichtig ist es für die Tams, weil die mehr oder minder sich im Bereich des Center of Gravity befinden, ist es für den Pitch, das heißt für also Nase hoch, Nase runter Trimmung, nicht so entscheidend. Aber das Ganze hat im Fliegen natürlich wieder einen Einfluss. Nämlich wenn ich in den Kurvenflug gehe, habe ich ein anderes Massentreckheitsmoment um die Längsachse. Da spielt es wohl wieder eine Rolle. Das übergeht Tullis einfach. Ich bin mir sehr sicher, dass der Flight Factor auch das berücksichtigt in seinem Flugverhalten. Aber gut, es soll ja die komfortable Eingabe beim Flight Factor gegenüber dem Tullis gehen, um das kurz zu demonstrieren. Also wir setten nochmal alles und gehen dann in die Performance Page und bekommen hier auch eine wunderbare Übersicht von dem Dry Operation Weight, von der Dry Operation Weight, den Passengers, wie viele Kilogramm das jetzt sind, Cargo, Zero Fuel Weight und so weiter und so fort. Also halte ich für wesentlich besser, komfortabler, plus die Envelope, von der ich gesprochen habe. Hier kann man sich das übrigens auch rauslesen, wie jetzt also der Pitch drin dafür auch praktisch berechnet wird, wenn man das auf dem Papier macht. Aber wir bekommen jetzt hier für unsere Konfiguration nicht nur die Zero Fuel Weight in Bezug auf den Center of Gravity mit der Trimmung 33,9, sondern auch den Eingabewert DN10, welchen wir uns beim Tullis ja kompliziert rauslesen mussten. Gut, wir sind auch jetzt schon GPS Primary, sehr schön. Jetzt möchte ich euch demonstrieren, also ich mache Weight Request. Jetzt lädt ihr die ganzen Gewichte exakt so wie sie sind und dadurch resultieren auch aus den einzelnen Angaben, die ich gemacht habe für Fuel, Passenger und Cargo auch die richtigen Werte. Und ich weiß, dass ich es für die Performance Page jetzt mit einer Klappenstellung 1, Down 1,0 zu tun habe. Ja, um das ganze Spiel auch nochmal im Nachgang zu vervollständigen, hier gebe ich meinen Flex brav ein und habe damit ja alles definiert. Dass das alles zu der Runway passt, das ist meine Sache, die ja was mit dem Schub der Triebwerke zu tun hat. Das ist alles meine eigene Sache als Pilot, dass ich das bestimme. Ich bestimme aus anderen Gründen einen Flex von 44 nehme. Dann kriege ich eben nicht vorgeschrieben, wie bei Tullis, was ich hier einzugeben habe. Klar muss die Startbahn, aber die entscheidet sich erst, wenn ich Ground Proofen habe. Jetzt bin ich ja noch in der Flight Preparation. Der Wind kann sich auch schlagartig ändern und dann, was machen wir denn da? Erst einmal rein statisch liegen jetzt alle Daten vor. Und jetzt beim Flight Factor gebe ich ein V2, VR und den V1, den bestimme ich selber. Der liegt dann unterhalb von VR, der kann aber auch genauso sein. Geben wir mal hier genau gleich ein, 135 ist V1, ist V Rotate und dann bin ich fertig. Aber ich bekomme eine sehr exakt für diese Eingaben kalkulierte V1, V Rotate und V2 raus. Ja, wenn das nicht komfortabler ist, dann weiß ich es auch nicht. Ja, fahren wir fort mit Checkliste und der tatsächlichen Flugvorbereitung. Dazu lasche ich natürlich hier wieder alles. Beziehungsweise fahre die Systeme nochmal für den Fortfahren hoch. Ja, geben wir in der MCDU auch noch die Start Runway von Zürich, Runway 32, an. Für die entsprechende SIT und für die Landung Frankfurt auf Runway 25R die entsprechende Star-Informationen. Um natürlich auch ein bisschen die MCDU zu überprüfen. Und wir werden sogar die einzelnen Wegpunkte dieses Flugplans, also über VUA Zürich, ZOE, über RNAV-Punkte wie es Sunom, Kovan, Sunec und Omogi bis Kerax auch noch ein, um mal die Funktion des MCDU zumindest mal grob zu überprüfen. Werden diese aber nicht im Managed-Flug abfliegen. Hier geht es hauptsächlich auch um die Darstellung des NDs, also im Arc-Modus sehen wir ja dann den Streckenverlauf korrekt. Wollen ja auch sehen, dass die MCDU und Tullis einwandfrei funktioniert. Gut, also gehen wir auf Flightplan, LZH, wählen die Departure, Runway 32 mit einer SIT, DG2N, also direkt nach dem Start, nach positiv klein, fliegen wir einen Kurs 330 Grad, bis wir vier nautische Meilen vom VUA KLO weg sind, um dann in einen Rechtsschwenk auf 75 Grad mit maximal 210 Knoten für das SIT-Abflugverfahren DG2N auf den VUA Zürich 110,05 zuzufliegen. So, wählen also DG2N, fügen diesen ein und bekommen die ganzen virtuellen R-Nav-Wegpunkte hier eingefügt. Ja, schauen wir uns die mal etwas genauer an. Ja, wir fliegen den SIT nicht komplett bis zum R-Nav-W-Punkt DG2N ab, sprich, wir löschen aus der MCDU die Wegpunkte ZH506, Kolul, ZH504, ZH525 und DG2N raus. Also, Clear, ZH5, Clear, Kolul, Clear, ZH525, Clear, die Discontinuity, Clear, ZH504, Clear, DG2N, Wir fügen den Wegpunkt VUA ZOEE ein, also VUA Zürich. Den gibt es zweimal, aber wir wollen den mit der Frequenz 110 Ja, und geben die anderen R-Nav-Wegpunkte bis zum Arrival und Final Approach, R-Nav-Wegpunkt Kerax an, um dann über die Star weiter zu operieren. Ja, der nächste Punkt ist R-Nav-Songi, S-O-N-G-I, So, Num, Also bis hier sind keine Auffälligkeiten zu erkennen, er übernimmt wunderbar die SIT-Informationen, sogar die Speed Limit 210. Aber gut, fahren wir mal weiter fort. Der nächste Wegpunkt ist Koran. Hier zwischen errechnet er MCDU korrekterweise auch das Erreichen der Reiseflughöhe. Also die Funktionalität ist auf jeden Fall in Ordnung. Sprich, nach elf Minuten hätten wir, wenn wir exakt nach der MCDU fliegen würden, also nach dem Flightplane fliegen würden, diese Höhe erreicht, sprich im Managed Mode. Wir fliegen aber natürlich in der Luftfahrt nicht nach der MCDU primär, sondern nach Angaben von Flight Control. Sprich, das sind nur vorläufige Informationen. Gut, Sunec ist der nächste R-Nav-Wegpunkt, welcher schon bereits im Descent liegt, beziehungsweise Kovan liegt schon im Descent. Man sieht, Flight Level 189 bedeutet, dass die MCDU-Berechnung bereits hier schon den Sinkflug vorsieht. Aber Flight Level 127, sprich, wir sind im Arrival, Flight Level 150 typischerweise. Gut, es geht weiter über R-Nav-O-Mogi, welchen wir schon mit High Altitude, maximal Speed 250 Nautical Miles, Indicated Airspeed fliegen werden, Flight Level 75, also unter Flight Level 100 fliegen wir ja standardmäßig 250 max. Also die Umsetzung ist bis hierhin okay. Dann zum R nach Wegpunkt Kerax. Man sieht, wie sich das auch dynamisch verändert, je mehr Wegpunkte wir eingeben, alles wunderbar. Also die Logik des MCDU, des Flight Plans für den Toilets, das ist soweit, sehe ich hier nichts Ungewöhnliches. Gut, dann kommen wir EDDF Star, also Standard Approach Route. Ja, von R-Kerax aus beginnt das Standard Anflugverfahren Star auf die Runway 25R des Flughafen Frankfurts und hierfür wählen wir Kerax 3L als Star. Ja, also Arrival für einen Anflug ILS-Z Runway 25R, also ILS 25RZ mit Star Kera 3B via über den VUA MTR. Via MTR und das Ganze fügen wir ein. Clearen PSA und Clearen Char und löschen die Flight Plan Discontinuity und schauen uns nochmal den gesamten Flugweg an. Ja, der Anflug über Zürich VUA ist nicht besonders geschickt, habe ich auch in meinen anderen Flügen bisher schon bemerkt. Ist eigentlich ein Fehler, den VUA Zürich mit reinzunehmen. Man sieht das hier, der Airbus-Bordcomputer berechnet, dass es nicht geschickt ist, über den VUA zu fliegen. Wir fliegen zwar drauf zu, damit wir über diesen RNAV-Wegpunkt rüber können, müssen aber dann schon direkt in eine Linkskurve einschränken, um auf Songi zu kommen, was aber auch nicht besonders geschickt ist. Das heißt, meine Flugplanvorbereitung in Bezug auf eine A320 oder A319 war nicht besonders geschickt, sprich, wir löschen Zürich und den Wegpunkt Songi, weil die anzufliegen extrem sportlich ist. Das ist mir in den anderen auch schon aufgefallen. Habe ich auch übergangen, tatsächlich im Fliegen, da ich Selected fliege, ist das auch kein Problem gewesen. Aber der Bordcomputer zeigt mir ganz wunderbar, dass meine ursprüngliche Flugplanung für die Performance des Flugzeuges, sprich, die Fluggeschwindigkeit, nicht besonders geschickt ist. Sprich, ich schmeiße Zürich raus, VOA Zürich, den ich zwar manuell im VOA anfliegen werde und kliere auch noch den Songi, kliere die Discontinuity und bekomme jetzt einen anständigen Flugweg auch angezeigt. Also das hat natürlich alles auch seine Vorteile. Managed Mode zu fliegen und sich immer mit der MCDU auch auseinander zu setzen, die eigene Flugwegplanung. Klar ist mir das im Fliegen aufgefallen und ich habe natürlich auch dynamisch reagiert, was auch in Ordnung ist, weil solange Control mir keine Vektoren oder Anweisungen gibt, kann ich natürlich dazwischen relativ frei auch fliegen. Klar, der aufgegebene Flugplan hat dann zwar Abweichungen, das würde Control vielleicht auch bemerken und mich dann anfunken und sagen, hier hör mal zu, das ist aber jetzt merkwürdig, du wolltest doch zum Sender, aber das tust du ja gar nicht, aber so streng ist das jetzt auch nicht. Gut, ich nehme auf jeden Fall diese beiden Wegpunkte raus, das hat auch hauptsächlich Gründe, weil ich das EFAS benutze und das EFAS auch Probleme mit SIT und STAR hat und das EFAS, wenn ich ihm sagen würde, direkt nach dem Flughafen zum Wegpunkt Sonom, dann ist das eine durchgezogene Linie, repräsentiert aber gar nicht meinen tatsächlichen Flugweg, den ich dann auf dem EFAS überprüfen kann, beziehungsweise auch das gleiche für das 124. ATC, hier muss man sich so ein bisschen austarieren, also für die Airbus MCDU, auf jeden Fall fliegen die Wegpunkte Zürich und Airnav Zongi raus. Ja gut, aber würde ich sagen, gehen wir mal gerade die Wegpunkte jetzt durch, wir starten auf der 32L, über den Airnav Wegpunkt ZH501 weichen wir von Abrichtung Airnav Wegpunkt Sonom, fliegen weiter bis Airnav Koran, Airnav Drehpunkt Kerax über den Star Kera 3B via Vioa MTA auf die Landebahn 25er des Frankfurter Flughafens zu fliegen. Sehr schön beim Airbus ist die Startabbruchsequenz in blau, die man auch wunderbar sehen kann, das heißt Rechtskurve zum Wegpunkt Vioa Tau, wird schön eingespielt, wird hier übrigens aktiviert über Toga, der Startabbruch, sprich der Mist Approach und das ist auch alles wunderbar drin. Ja, gehen wir natürlich schön auf unseren Ausgangsbereich für den Abflug, entsprechend auch die Range einstellen, zunächst natürlich so klein wie möglich mit 10 nautischen Meilen in der Vergrößerung MMB, programmieren schon einmal den Vioa Klo für den Selected Flug Klo auf 114,85 ist bereits eingegeben, hier ist es nicht wichtig einen Kurs einzugeben für Vioa, da wir ja nur für den Abflug die Distanzinformationen zu dem Vioa benötigen. Anders bei Zürich diesen müssen wir auf 75 Grad ansteuern, damit wir den R-Nav-Wegpunkt ZH503 auch erwischen. Sprich, Großes Kino, wir wandern zum Co-Piloten Radio, programmieren die Frequenz für Vioa Zürich mit 110,05 mit einem Kurs 75 Grad. Ja, wunderbar, Radnav-Page ist deaktiviert, Flugplan und haben wunderbar Vioa2, also Vioa2 sprich Zürich mit Kurs 75 Grad im ND zur Anzeige gebracht, während wir für den Abflug auf der Kapitänsseite und der Kapitän ist Flying Pilot zunächst im Vioa1 die KALO Information. Pre-selecten schon mal Zürich für den Kapitän, damit auf seinem ND dann auch die Vioa Informationen da sind und hacken damit auch unseren Flug soweit vorbereitet, was die Navigationsprogrammierung betrifft. Ja, sehr schön, hier konnte man jetzt auch mal sehen, wie super das ist, dass tatsächlich beide Seiten auch getrennt voneinander ihre Geräte, nämlich MCDU beziehungsweise Radio bedienen können. Das Ganze macht natürlich Sinn, genauso wie es auch Sinn macht, dass der Funkverkehrteil des Radio Management Panels getrennt voneinander funktioniert, was ja beim Toollist nicht der Fall ist. Ja, im Autopilot Panel sind die Managed Informationen da, diese fliegen wir aber nicht, sprich durch Ziehen deaktivieren wir Managed das ist im Augenblick der Status aktueller Mode ist Managed Geben schon mal die erste Zielhöhe für standardmäßig mit 5000 Fuß ein und sind jetzt zumindest was die Anzeige betrifft die Punkte zeigen ja Managed Flug aber das MCDU der aktuelle Mode steht immer noch auf Managed Na gut also bin ich jetzt ein bisschen überfragt meiner Meinung nach müsste jetzt hier Selected stehen aber wollen wir mal gucken kurz vorm Start muss dann Selected stehen ansonsten wäre das jetzt ein Fehler in Bezug auf die MCDU Umsetzung aber gut werden wir dann sehen Fakt ist ich habe schon mal alles vorselektiert mit sinnhaften Werten wollen wir hier vielleicht auch mal eine erste Zielgeschwindigkeit angeben entsprechend unserer SIT Schad ist das 210 weil das ein Maximum darstellt und für die Heading also für den Kurs nach dem Start müssen wir ja die 320 Grad fliegen also nach dem Start natürlich längst der Startbahn also Runway 32 ist 315 Grad dann machen wir es richtig auch wenn das sich später ausblendet oder wie auch immer Fakt ist das ist Situationsbewusstsein wir haben vor eine Zielhöhe 5000 Fuß zunächst zu erreichen wir haben vor zunächst nach dem Abheben 315 Grad ein kleines Stück weiter zu fliegen gehen aber dann direkt in 330 und haben eine Zielgeschwindigkeit zunächst nach dem Start von 210 Knoten in Bezug auf die Managed Mode Anzeige im MCDU die ja falsch ist da wir ja selected fliegen wollen befürchte ich aber ah jetzt ist es da jetzt ist die Linie gestrichelt wunderbar alles gut also hier hat das schon mal verstanden dass ich selected bin und nicht managed das einzige was jetzt nicht in Ordnung ist ist dass sie hier in lmcd ist wollen wir noch mal rein und wieder raus steht aber immer noch managed hier müsste jetzt auch entsprechend der ind anzeige selected stehen vielleicht sieht das ja captain ingo oder jemand der sich wirklich hundertprozentig damit auskennt und weiß wie sich das jetzt hier eigentlich verhalten müsste mit der for cruise is managed for descent is managed gut warten wir es ab bis wir dann abheben sollte das dann immer noch so sein so wäre hier definitiv ein fehler drin hier muss irgendwann selected erscheinen der flight factor macht das auf jeden fall ja damit werden die checklisten punkte fcu preset speed erledigt radio els vor one to airport frequency set haben wir gemacht view a2 haben wir gesetzt pfd nd haben wir gecheckt wäre jetzt der punkt engine one und engine two fire test also engine one fire test ist test zu meinem lieblings punkt no white lights ecam no blue wir haben im ecam no blue und white lights außer der elektrischen pumpe ist alles wunderbar ja das wäre es dann gewesen für den teil 2 des review fluges für den tool a319 und man konnte sehen dass im rahmen von der checklist flight preparation doch einige dinge besprochen werden konnten um den tool in einigen aspekten des fliegers bewerten zu können da wir die checkliste jetzt abgearbeitet haben und die nächsten checklisten also before taxi taxi before take off take off climb descent approach final after landing abgearbeitet werden und dabei auch einige punkte des toolist fliegers begutachtet werden können zum beispiel das rollverhalten das ich schon mehrfach zitiert habe welches ja beim jahr design ganz schlecht ist beim flight factor überragend interessiert mich selber wie es sich für den toolist darstellt aber natürlich einige andere dinge diese werden wir dann im letzten teil 3 alle durchführen sprich vom pushback bis zur landung in frankfurt zeigt das video in teil 3 vielen dank fürs zuschauen und ich hoffe ich sehe euch dann im teil 3 ciao ciao bye bye und servus